hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge sekiro shadow style twice und bitte 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 danke und schiss ich möchte ja jetzt tauchen gehe ich hier definitiv nicht hier ist ja noch der kopflose drin den muss ich jetzt nicht gerade haben gut hoppala hallo kann ich immer bitte äh äh kann ich nicht gut hoppala mhm mhm hoppala äh ich weiß dass da der uhu ist gegen den könnte ich auch kämpfen aber ich versuche jetzt erstmal noch eine möglichkeit irgendwie einen anderen weg ne ne da komme ich gerade nicht rein komm ich hier irgendwo die luke ist geschlossen die ist auch zu hm zu gut dann schaue ich mal 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 schaue ich schaue ich mal schaue ich mich mal schaue ich mal schaue ich mir Habe ich noch Kürbisse? Achso, schade. Ich habe keine Kürbisse. Gut. Dann. Mal schauen. Ich schaue da mal den Weg hier unten. Okay. Oh, nicht gut. Kann ich mal runter? Danke. Aber nicht gut. Ich kann ja nicht sehen gerade. Das ist nicht gut. So. Aber das wäre natürlich auch mal wieder nicht so anbillend. Super. Aber, hey, kann ich mal bitte... Geht doch. Aber. Hey. Aber, hey, das ist doch echt für den Arsch hier. Ey, kann ich mal bitte... Ey, das ist doch... Was ist das für eine Scheiße bitte, wer hier? Komm, geht doch. So, schon mal etwas. Mann, das war aber auch mal wieder ätzend gerade. Herr. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Okay. Genau. fuck die schon wieder das macht die scheiße hier nicht besser oh nicht gut kling mir bitte zurück danke klingel gut dann hoffe ich einfach mal dass ich da oben dann wieder den nächsten checkpoint freischalten kann ansonsten wird das hier echt immer unangenehm und unangenehm wuhu hier ist wieder ein checkpoint yippie ich kann den nehmen das ist sehr gut für mich mm-hmm hm 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 geht auch danke die habe ich jetzt auch schon etwas häufiger mal umgebracht denke ich äh hallo? was? Pügelchen, aha ist hier immer noch ok die sind da immer noch so, gut hm Pfff Rackdoll für den Wind gut das ist so weit dann einfach nur oh fucking nicht nett alter ey die ist mir aber mal etwas zu hyperaktiv gerade mal wieder gut danke hab's ja schon verstanden ich geh ja schon ein bisschen zurück egal es könnte immer noch schlimmer sein ich habe wenigstens wenigstens habe ich hier jetzt n den Checkpoint hier wieder herbekommen das ist schon mal eine Kleinigkeit zumindest gut hm warte mal kann ich hier ne da kann ich nichts öffnen ok hm aber 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 interessant dass da wieder einer ist hm 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 ok also es wundert mich nicht wenn ich den hier nicht besiege ist jetzt gerade hier auch so nicht mein Anspruch den zu besiegen jo hm hm gut hm 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 Ich bin jetzt gerade kurz am überlegen, ich glaube, es könnte sein, dass ich gerade das bekommen habe, womit ich mir die lila Rauchfunken machen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr angenehm für mich. Hm, kann ich das Modul verbessern? Nein, doch nicht, schade. Gut, dafür brauche ich zwei. Das heißt, ich könnte mir das hier theoretisch ohne Probleme machen. Das kostet mich auch zwei, brauche ich aber nicht. Den goldenen Strudel brauche ich überhaupt nicht. Nee, den brauche ich da gerade quasi nur, wenn ich auch den habe. Hm, also ich denke, ich bin halt auch immer noch eigentlich ein bisschen am überlegen. Ich kann nicht alle von denen craften, das ist das Problem. Ich kann wahrscheinlich maximal, maximal drei in einem Durchgang wahrscheinlich eher zwei. Da bin ich halt auch noch am überlegen, was von denen ich dann nehme. Verschießt, Flamme, heilige Macht von dir, wirkt gegen Erscheinungen. Okay, ein festes Stärke. Schädigt sogar Erscheinungen mit seiner Lieder Feuerbrunst. Die Flamme zückt jedoch keine Brennungsstatus. Amelie, okay. Heilig, laupus, lasst die Feuer sind göttlich, reinigen den tief. Macht kein Brennungsstatus, dann denke ich tatsächlich, dass ich den nicht nehmen sollte beim ersten. Dann denke ich, dass ich die beiden hier nehmen sollte im ersten Run. Also ich kann, also dafür brauche ich halt noch was. Ich könnte auch den, ich könnte auch Sennwurf und Unzufriedenheit schon machen. Ich brauche halt, also ich brauche halt eigentlich noch mehr von dem weißen Pulver. Ich weiß, wie behämmert sich das anhört, aber egal. Gut. Hm. Reisen. Ich habe Ideen, wie ich den bekämpfen kann, da oben. Ich habe Ideen dazu. Die eine Idee wäre, dass ich den halt zu einer Marionette mache. Verleihung in Jutsu, Puppen, spiele in Jutsu. Gut. Ja, das ist auch die, das ist auch der Einzige, den ich da, was das angeht, machen kann. Okay. Ja. Puppenspieler in der Nütze ist das Einzige, was ich da machen kann, was das angeht. Hallo. Hallo. Gut. Aber nicht gut. Schade, nicht getroffen. Gut. 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 Danke. Nicht gut. Aua. Aua ey. Kann ich mal bitte... Danke. Ey. Ich kann doch wohl nicht werfen. Nicht gut. Nicht gut. Alright. Einmal danke. Komm. Oh fuck. Ich habe gedacht, dass das irgendwie... Komm. Ja. Oh. Huh. Fettwecksklumpen, Gebetsperle. Huh. Das... War ganz gut. 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 Damit habe ich... Weitere Gebetsperle. Sehr schön für mich. Ersten... Ich hätte eigentlich noch gerne eine weitere Gebetsperle. Aber... Aber... Hallo. Keine... Was soll der Mist, ey. Was soll der Mist, ey. Aber nicht gut, ey. Okay. Das war ziemlich dämlich von mir. Insgesamt. Aber dadurch... Aber dadurch... Dadurch kann ich jetzt wesentlich wesentlich besser gegen... Gegen den Uhu-Kämpf antreten. Uhu-Kämpf antreten. Komm, hopp. Komm, hopp. Danke schon mal dafür. Nop ist mal wieder dicht. Hab ich mir doch gedacht. Gut. Hm. Okay. Ah, interessant. Das ist... Da die Position, also... Okay. Hm, 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 hm. Danke. 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 Was ist das? aber kann ich mir bitte ey what the heck was sollte das denn für eine scheiße werden ok das war Mist das war großer Mist nun gut ist halt so egal dann gut wie sieht es aus mit den göttliche Hilfe ich denke ich versuche dann in der nächsten Folge nochmal den Uhu so ich stopf dann hier nochmal Gebetsperle hätte ich eigentlich gerne noch eine weitere ich weiß ich wüsste aber gerade nicht wo noch wo ich jetzt noch eine herbekommen könnte gerade leider die erste Embleme kaufe ich dann einfach mal erstmal neun Stück sind besser als gar nichts so und dann beende ich hier jetzt einfach mal diese Folge nächste Folge versuche ich nochmal Uhu und ja mal sehen wie es dann weiter geht vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal Ciao like